Hi Leute, hier ist wieder euer Ligavi mit Watch Dogs und sind bereits bei Part 16 angelangt. Leider hat es hier bei diesem Video die ersten paar Minuten sehr geruckelt, was ich mir natürlich nicht erklären konnte. Aber es hat den Anschein nach gehabt, dass der Grafiktreiber nicht aktuell war. Ich habe ihn geupdatet und jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Also Leute, viel Spaß beim Anschauen und ciao! Ich habe die Nachrichten gelegen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. War mir ganz nach Hayden Pease aus. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee. Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nicky reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey. Es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, erzählt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nicky, glaub ihm. Sein Gefahr sei nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrägt? Ich habe keine Geheimnisse. Ach. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so. Weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh. Habe ich dir weh getan. Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, im Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky übrigens auch. okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach verdammt! Ach verdammt! Ach verdammt! Ach verdammt! Ach verdammt! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mit Bedpack gehe ich ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst dein Zuhause, dann das Handy anzapfen und alles aufnehmen, was er sagt. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So ist es nicht, Grammar. Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Bad Bug. Ach bitte, Grammar. Bad Bug bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin ein Player. Ein was? Ein Bad Bug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. So hab ich dich aber nicht erzogen. Na, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grammar. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Cool. Yeah, wie Rock'n'Roll. Warum macht Dreck das? Willst du ein Dorf kontrollieren, dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber... Darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber... Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bi. Nicht so laut. Nein. 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 Warum macht dein Raptor das? Bist du ein Dorf kontrollieren, dann komm als Freund. Sagt ihn, alle außerhalb ihrer Mauern sind gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt, stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst... Ich soll eigentlich nichts sagen, aber... IREC hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bi. Nicht so laut. Fuck, Mann. Erwart nicht, was? Seht aus, als ob IREC hier alles dicht macht. Was sind wir? Babysitter? Pah. Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und IREC hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen hab. Mann, sag das auch nicht so laut, Bi. Du weißt, sein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich schlag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun hab, Mann. Ja. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn IREC davon Wind bekommt, dann wird Bedberg auf einer Müllkippe landen. Danke, Mann. Pass auf dich auf. WMHB. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Den ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich seh's so. Wir wollen's nicht. Es gehört von uns. Jetzt sind hier die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Pekka. Hör auf zu fluchen. Denk anschluss. Hat noch nie gefögelt. Und vor seine Mom abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und IRECs Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Jo, Achtung. Big B im Anmarsch. Das geht. Das geht. Wie ist? Kann ich mal zu Little Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann. Auf Rundgang? Ja. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club Iraq nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werd ich dich nicht vergessen. Okay. Okay. Ich fahr auch gleich rüber. Ich fahr auch gleich rüber. Rabbids. Was geht? Ich hab was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, Bi. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir sehen. Verdammt, was geht ab? Nichts, Bi. Wir spielen nur. Ja, das seh ich. Ihr sollt aber verfickt auch mal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Ist aber keiner rein, Bi. Die ganze Cruise draußen ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Okay. Okay. Brich. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, Bi. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Iraq? Im Ernst? Iraq ist ein verficktes Problem. Okay, okay, okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, dass es es wert ist. Ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann. Wow, hey, hey. Was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ich verrate dich nicht. Ich bin kein Scheiß. Verfickt, Mann! Rabbits der Iraq-Beklauung. Wenn ihr das Fein seht, knallt ihn ab. Dann rausfies. Ihr macht das. Ah, wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Bricks? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Diesen Scheiß-Kerl-Burg werde ich umlegen. Ich werde nicht sterben, Mann. Das nimmt kein Gott. Okay, yes. Los, los! Los, los! Kopfhör. Das ist doch scheiße, Mann! Vorwärts! Ja. Wirken vor. Jetzt. Los. Das klappt nicht. Okay, los. Scheiße. Bring ihn zu den Bricks. Meine Jungs schalten ihn dann aus. Ich weiß, ihr seid Freunde. Das ist ein Kind. Du bist in Lager und du bist bei Lund. Ich muss sofort da hin und mich um diese Typen kümmern. Ich muss sofort da hin und mich um diese Typen kümmern. Dieses Fußvolk bedeutet Iraq nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat. Wart Iraq nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen. Mit ihm angeben. Das habe ich nicht. Nur INTANG.